Der Erich, die Margit, der Charlie und schließlich der Boris sind die Initiatoren vom Fest, damit das einmal klar ist. Gemeinsame Aktivitäten, das war so ein Thema. Einen gemeinsamen Namen zu finden, das war ein Problem. Was mit vorne mitgehen, war gesucht, doch wäre sowas nicht mehr. Bei ein paar Klassen Bier ist uns der M4V gekommen. Nur der Erich hatte am Anfang so seine Bedenken. Ob die Sterne des Schneuen oder Schütteln, die Häuter verrenken. Gefahren gut, das klingt zwar nett, doch ich glaub' nicht, dass das auch irgendwer versteht. Ob er recht hat oder nicht oder ob er sich davon verspricht, das wissen wir nicht. Wir sind so blöd. Wo ist kleiner Trumpet? Wir sind so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd, das klingt zwar nett. Doch ich glaub nicht, dass das auch irgendwer versteht Ob er recht hat oder nicht und was man sich davon verspricht Das wisst man nicht, wir sind so blöd Gefahrgut, der Name ist echt Und unterm Strich wird einer Sache auch gerecht Sitzen liegen, gehen, schweben, gesunde Schuhe und viel bewegen Ob sowas geht, dann schauen wir einfach mal Der Boris da rechts neben mir war er und unten ist mir ein Lachschuss Auf das war der Pfiff und das war ganz sicher kein Fehler Der Erich mit drei Blitermagen, der Trümpfsweg an Oma Er ist stattbekanweise Kappel, es gibt eine Oma Die kümmern die gern um die Riechung von anderen Leuten Doch so bewege ich mich zu eng, bis ich mich von der Welt Seit mehr als drei Jahren ist das genanzintrales Thema Drum sind wir auf diesen Wertbildnamen auch gekommen Gefahrgut, der Name ist echt Und unterm Strich wird einer Sache auch gerecht Sitzen liegen, gehen, schweben, gesunde Schuhe und viel bewegen Schaut sich in der Mut, Gefahrgut Gefahrgut, seid auf der Hut Am Ende haltet ihr die Sache noch für gut Menschen Spaß und Freude geben, sondern auch nicht schwer Du wirst nicht, aber hallo weh Das war doch schön Am Ende haltet ihr Glück Applaus Applaus Stheten Musik sch